Hey, wir sind Nicola und Franzis und das ist unsere Marke Maschenwerk, ein gemeinsamer Handarbeitstreff in Dessau. Egal ob du strickst, häkelst oder stickst, bei uns ist jeder willkommen. Komme, was wolle. Hey, ich bin Philippe. Hey, ich bin Alex und wir haben zusammen Weißraum gegründet. Ein Projekt, das Kreativschaffen in einem Atelier und gleichzeitig einen Ausstellungsraum bietet. So geben wir Künstlern eigene vier Wände und Besuchern monatlich neue Ausstellungen. Kommt einfach vorbei und schaut, was passiert. Künstlern eigene vier Wände Ich bin Luisa und ich habe das Erscheinungsbild eines Badewannenrennens im Dessauer Waldbad erarbeitet. Und hier seht ihr ein paar Medien, die ich mir zur Visualisierung im urbanen Raum dazu vorstellen könnte. Was geht heute noch so? Ach, Sachen machen in der Werkstatt oder ausstellen im Atelier. Hauptsache Treffpunkt. Hallo, ich bin Jessica und stelle Ihnen GoodNap vor. Ein Unternehmen, das sich um den richtigen Energieschub ihrer Mitarbeiter sorgt. Take a break and good nap. Hallo, wir sind Caroline und Emily und wir haben im Rahmen des Orientierungsmoduls 2D das DIY Rumtopf Kit entwickelt mit dem Namen Dessauer Früchte. Was geht heute noch? 4mal, Dessauer Früchte. positivo, kleiner, Dessauer Früchte. Vielen Dank.